Der Nahe Osten. Eine Region geprägt von Konflikten, Kriegen und schier unversöhnlichem Hass. Immer wieder befeuert durch die Interessenspolitik der Weltmächte. Ich denke, dass man in den letzten Jahrzehnten immer wieder versucht hat, Probleme zu bewältigen, die man selber erst geschaffen hat, nämlich 1918, 1919. Der Erste Weltkrieg, die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Nicht nur für Europa, sondern vor allem auch für den Nahen Osten. Getragen von der Hoffnung nach Unabhängigkeit erheben sich arabische Stämme gegen das Osmanische Reich. Als Gegenleistung hatten ihnen die Alliierten ein eigenes Königreich versprochen. Doch bei der großen Friedenskonferenz zeichnen sie mit Stift und Lineal Grenzen, die heute noch nachwirken. Im Pariser Vorort Sèvres wird das Schicksal einer ganzen Region besiegelt. Im Nahen Osten sieht man, dass die ja doch sehr willkürliche Aufteilung des ehemaligen Osmanischen Reiches, dass es hier natürlich enormen Konfliktstoff gibt. Und so macht sich auch die IS-Propaganda ein geheimes Abkommen aus dieser Zeit zunutze, mit dem Namen Sykes-Picot. Das ist die sogenannte Grenze von Sykes-Picot. Wir werden sie niemals akzeptieren. Der Begriff Sykes-Picot steht in der arabischen Welt bis heute für die niederträchtige Interessenpolitik westlicher Staaten. Es drückt die Frustration und Wut der Araber aus, dass sie nicht konsultiert worden sind, als die Grenzen gezeichnet wurden. Der deutsche Historiker Robert Gervart beschäftigt sich seit zehn Jahren mit den Auswirkungen der Nachkriegszeit. Die Zerschlagung des Osmanischen Reiches am Ende des Ersten Weltkrieges hat sich tief eingegraben in das öffentliche Bewusstsein, überall im Grunde genommen in der muslimischen Welt. Auch in der Türkei spielt der Vertrag von Sèvres, der die Zerschlagung besiegelte, immer noch eine entscheidende Rolle in Gesellschaft und Politik. Wenn dieser Putsch erfolgreich gewesen wäre, hätte man uns etwas aufgezwungen, sodass wir uns nach Sèvres gesehnt hätten. Im Nahen Osten, wo man das Ende des Ersten Weltkrieges mit weiterer Erniedrigung assoziiert, ist die Bedeutung dieser Periode überhaupt nicht zu unterschätzen. Und ich denke, es ist wichtig, dass man das versteht, um auch heute Konflikte in dieser Region besser analysieren zu können. Paris im Januar 1919. Die Metropole an der Seine steht in den folgenden Monaten im Zentrum globaler Politik. In der französischen Hauptstadt und ihren Vororten wollen die Siegermächte eine neue Weltordnung schaffen. Der große Krieg stürzte nicht nur Europa ins Chaos, sondern er tobte auch in vielen anderen Regionen. Und so sind Delegationen aus weit entfernten Ländern angereist. Sie wollen Anerkennung, Unabhängigkeit und Freiheit. Es war eine der größten internationalen Versammlungen des 20. und 19. Jahrhunderts. Und es war eine globale Konferenz. Völker aus Amerika und Asien waren vertreten. Die Konferenz beschäftigte sich mit dem Nahen Osten, den Kolonien Afrikas sowie Asiens. Und die Auswirkungen waren auf der ganzen Welt zu spüren. In Versailles unterschreibt Deutschland 1919 den wohl berüchtigsten Vertrag des 20. Jahrhunderts. Der Friedensschluss überstrahlt fortan alles andere, was in den folgenden Monaten in Paris noch verhandelt wird. Man muss Versailles ein wenig beiseite legen. Und dann muss man sich die anderen Verträge ansehen, um zu sehen, wie es um ganz Europa steht. Und wenn man von Europa spricht, dann ist es auch der gesamte Nahe Osten. Der wurde durch diese Verträge manchmal zum Guten, aber allzu oft zum Schlechten, völlig neu gestaltet. Der Versailler Friedensvertrag ist nur einer von fünf, die aus Paris hervorgehen. Alle Verliererstaaten, die an der Seite Deutschlands kämpften, müssen sich dem Willen der Alliierten beugen. Die unterlegenen Mittelmächte, so die Sicht der Sieger, sind verantwortlich für die Katastrophe, die Europa und die Welt mit Hunger, Tod und Leid überzog. Jetzt sollen sie dafür büßen. Allen voran das Osmanische Reich. Die Türkei ist 1918, so wie Deutschland auch, einer der Verliererstaaten des Ersten Weltkrieges. Die Verträge wurden allesamt in Vororten von Paris unterschrieben. Der Vertrag mit dem Osmanischen Reich wurde in der berühmten Porzellanmanufaktur in Sèvres unterzeichnet. In dieser Porzellanmanufaktur im Pariser Vorort Sèvres werden 1920 die Weichen für die Zukunft einer riesigen Region gestellt. Das Osmanische Reich unterschreibt unter Protest einen Vertrag, der seinen Untergang besiegelt und dessen Auswirkungen heute noch fortwirken. Dass der Vertrag in einer Porzellanmanufaktur unterschrieben wurde, empfand ich immer als passend. Denn Porzellan ist zwar sehr schön, aber auch zerbrechend. Fällt es zu Boden, zerspringt es in tausend Teile. Und genau das sollte mit dem Osmanischen Reich passieren. Das Osmanische Reich herrscht ja lange Zeit über weite Gebiete Europas und Nordafrikas. Doch bis zum 19. Jahrhundert verliert das Imperium auf dem europäischen Kontinent viele seiner Territorien. Nach der Unabhängigkeit Bulgariens 1908 büßen die Osmanen nach Libyen in den Balkankriegen auch die letzten Territorien in Südosteuropa ein. Das taumelnde Großreich wird aus Konstantinopel, heute Istanbul, regiert. Am Bosporus sieht sich Sultan Mehmed V. in seinem Vielvölkerstaat mit Bedrohungen von außen und innen konfrontiert. Nur mühsam war es dem Herrscher in der Vergangenheit gelungen, die unterschiedlichen Ethnien zu befrieden und das Reich zusammenzuhalten. Eine wichtige Stütze dabei, das Militär. Der Nahosten vor dem Ersten Weltkrieg war in Unruhe und es gab viele Konflikte zwischen einzelnen Volksgruppen und Minderheiten. Es stimmt aber nicht, dass das Osmanische Reich, das diesen Teil der Welt damals beherrscht hat, schon da niederlag und eigentlich schon zum Scheitern verurteilt war. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wird das Osmanische Reich von vielen christlichen Nationen eben als kranker Mann am Bosporus auch wahrgenommen und auch als ein Imperium, wo man sich praktisch selbst bedienen kann. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs verschiebt sich die politische Agenda endgültig. Die Kämpfe an der West- und Ostfront sind jedoch nur ein Schauplatz dieses blutigen Konflikts. Im August 1914 tritt das Reich von Mehmed V. an der Seite der Mittelmächte in den Krieg ein. Für das fragile Imperium ist die Allianz mit Deutschland und Österreich-Ungarn Risiko und Chance zugleich. Mit der Unterstützung Deutschlands soll das schlecht ausgerüstete Militär modernisiert werden, in der Hoffnung, dass bei einem Sieg eine neu erstarkte osmanische Herrschaft entsteht. Die Truppen des Sultans kämpfen im Orient hauptsächlich gegen Soldaten aus dem gesamten britischen Empire, das auch im Nahen Osten um Einfluss ringt. Um den Feind von innen zu schwächen, suchen britische Diplomaten schon 1915 den Dialog mit möglichen Koalitionspartnern in der Region. In der heiligen Stadt Mekka, damals unter osmanischer Herrschaft, regiert Scherif Hussein ibn Ali. Ein Mann mit großen Ambitionen für sich und seine mächtige Familie. Sein Sohn Faisal, ein aufstrebendes politisches Talent. Die Familie von Faisal war eine osmanische Funktionärsfamilie, die sogar im osmanischen Parlament gesessen hat. Das heißt, sie hat sich mit dem osmanischen Reich lange Zeit auch identifiziert und gehörte dem System an. Die Briten wollten die Familie des Scherifen von Mekka, dessen Sohn Faisal, dafür gewinnen, dass sie einen arabischen Aufstand führen, um dem osmanischen Reich in den Rücken zu fallen. Die Familie erkennt in diesem Moment eine Chance, eine Chance, die wirklich historisch ist und sich möglicherweise nie mehr bieten wird, dass die mächtigste Macht der Welt ihr volles Backing dafür gibt, dass sie einen Aufstand anzettelt und die Araber gegen die Osmanen führt. Als Gegenleistung versprechen die Briten dem Scherifen und seinem Sohn Faisal ein Königreich, das sich über große Teile des Nahen Ostens erstrecken soll. Faisal hat den Traum eines eigenen Imperiums, mit Damaskus als Epizentrum seiner Macht. Die historischen Vorbilder, an denen sich Faisal orientierte, waren natürlich die große Zeit der Omayyadenherrschaft, des ersten islamischen Imperiums. Deswegen auch Damaskus als Hauptstadt, denn das ist die Hauptstadt dieses ersten Imperiums gewesen. Die Regierung in London stellt Faisal einen Offizier an die Seite, der später als Lawrence von Arabien Berühmtheit erlangt. Zusammen sollen sie mit Vorstößen osmanische Truppen binden und so den Briten zum Sieg verhelfen. Doch die Araber kennen die wahren Absichten ihrer Verbündeten noch nicht. Sie sind lediglich eine Schachfigur im großen Spiel der Mächte. Die Versprechen wurden gegeben, ohne die Absicht, dass man sie jemals umsetzen würde. Es war eine alliierte Kriegsstrategie. Es gab keinerlei Absicht, zumindest nicht kurzfristig in diesem Raum einen arabischen Staat zu gründen. Es ging lediglich darum, die arabische Bevölkerung innerhalb des Osmanischen Reiches aufzuwiegeln gegen die Regierung, gegen den Sultan. Der Kriegseintritt der USA 1917 verhilft den Alliierten an der Westfront zu entscheidenden Fortschritten. Und auch im Nahen Osten stehen die Mittelmächte nun mit dem Rücken zur Wand. Faisal und seine revoltierenden Freischärler rücken bis nach Damaskus vor. Sie haben ihren Teil des Paktes eingelöst. Der Erfolg Faisals bringt die Briten in eine Zwickmühle. Hatten sie doch in Wahrheit schon längst mit Frankreich ausgemacht, die Region politisch zu beherrschen und wirtschaftlich auszubeuten. Denn schon damals geht es auch ums Öl. Bereits während des Krieges vereinbarten der französische Diplomat François Picot und sein britischer Konterpart Mark Sykes wieder Nahe Osten nach ihren Vorstellungen auszusehen hat. Mit geraden Linien werden die jeweiligen Interessen rücksichtslos abgesteckt. Dieses geheime Abkommen erhält den Namen Sykes-Picot. Großbritanniens wirtschaftliche Interessen liegen natürlich in der Region um Mosul. Man weiß um die Ölvorkommen dort und es geht darum, sich diese zu sichern. Hinzu kommt sicherlich auch die Sicherung des Suezkanals. Frankreich wiederum hat ein besonderes historisches Interesse an Syrien, weil sich Frankreich traditionell als, ja im Grunde genommen als Unterstützungsmacht der syrischen Christen versteht. Das Osmanische Reich kapituliert im Oktober 1918. Alliierte Kriegsschiffe treffen in Konstantinopel ein. Die dortige Regierung wird gestürzt. Die mehr als 600 Jahre alte Osmanische Dynastie scheint Geschichte. Nach dem Krieg war klar, dass das Osmanische Reich zerfallen wird. Die Araber hatten revoltiert und die Regierung in Istanbul war quasi machtlos. Was über Jahrhunderte zusammengehalten wurde, zerfällt. Die unterschiedlichsten Völker des untergehenden Reiches schöpfen nun Hoffnung auf Unabhängigkeit. Unter ihnen Armenier, die den schrecklichen Genozid ab 1915 durch die Osmanen überlebt hatten. Aber auch Kurden, sowie natürlich die Araber, die nun die Einlösung des Versprechens erwarten. Für viele Gruppen im Nahen Osten bot sich natürlich eine historische Gelegenheit, eigene Projekte umzusetzen. Die eigene Identität in den Vordergrund zu stellen, eigene Staaten zu gründen und Autonomie zu erlangen. Aber in dem Moment, als die nationalstaatliche Idee en vogue wurde und überall Erwartungen geweckt hat, wurde das natürlich ein Problem. Besonders befeuert wird diese Hoffnung von US-Präsident Wilson. In Punkt 12 seiner berühmten Erklärung zu den Kriegszielen möchte er eine umfangreiche Neuordnung des gesamten Orients erreichen. So sollen die Völker des Osmanischen Reiches ihr Schicksal scheinbar in die eigene Hand nehmen können. Und genau damit rechnet Faisal jetzt. Es gibt eine gewisse Revolution der Erwartungen in allen beteiligten, kriegsbeteiligten Ländern. Das heißt, es werden sehr hohe Ansprüche gestellt und Erwartungen geweckt, was den Friedensschluss anbelangt. In Paris 1919 sind es auch die Truppen der arabischen Revolte, die durch den Triumphbogen paradieren. Faisal selbst erscheint mit einer eigenen Delegation und versucht auf diplomatischem Wege, seinen militärischen Erfolg in politische Tatsachen umzumünzen. Faisal bekommt Berührung mit der Weltpolitik und versteht trotzdem recht schnell, ist ja auch dann ganz gut beraten, wie das alles funktioniert. Da gibt es eine Korrespondenz mit der zionistischen Bewegung. Er setzt sich mit den Franzosen auseinander. Er taucht auf auf einer internationalen Konferenz. Es gibt das berühmte Foto von Faisal in Versailles. Doch Faisal weiß jetzt, seine Interessen stehen im Widerspruch zu denen seiner Verbündeten. Briten und Franzosen haben wenig übrig für ein unabhängiges arabisches Königreich. Die Hoffnungen, das Versprechen doch noch einzulösen, ruhen nun auf US-Präsident Wilson. Doch der erweist sich als ein ganz anderer politischer Führer, als erhofft. International gibt es in vielen Orten der Welt ein Missverständnis, was Wilson eigentlich möchte. Denn wenn er vom Selbstbestimmungsrecht der Völker spricht, dann spricht er relativ explizit von weißen Europäern. Wilson ist heute eine extrem umstrittene Figur. Er ist ja der Präsident, der die Rassentrennung auch in den föderalen Institutionen in den Vereinigten Staaten einführt. Er ist also sozusagen ein Liberaler des 19. Jahrhunderts, aber nach heutigen Maßstäben sicherlich auch ein Rassist. Faisal sieht sich in Paris mit der imperialen Attitüde seiner ehemaligen Verbündeten konfrontiert. Diese ist geprägt von einer Tradition der Unterwerfung kolonialer Völker. Franzosen und Briten waren der Meinung, dass die Menschen im Nahen Osten nicht bereit waren für die Unabhängigkeit. Das ist gewiss auch eine imperialistische und rassistische Sicht. Sie dachten, dass sie sich nicht selbst regieren können, denn sie würden die Region ins Chaos stürzen. Faisal hat kaum politisches Kapital. Er ist der Willkür der Sieger ausgeliefert. Sein Damaskus wird von den Franzosen beansprucht. Was bleibt, ist ein Zugeständnis, das nichts mit einem unabhängigen Arabischen Reich zu tun hat. Die Briten haben Faisal dann, nachdem es nichts wurde mit seinem Königtum, Königreichen Damaskus, weil man den Franzosen ja versprochen hatte, dass sie die Mandatsherrschaft über Syrien erlangen, haben sie ihn dann in den Irak geschickt, zu einem Marionettenkönig gemacht. Dort regiert Faisal tief enttäuscht bis zu seinem Tod 1933, ehe die Dynastie seiner Familie im Irak 20 Jahre danach durch einen Putsch endgültig beendet wird. Die Pariser Konferenz läuft nach der Ausbotung von Faisal nun ganz nach den Vorstellungen der mächtigen Sieger. Sie haben freie Bahn bei der Aufteilung des Nahen Ostens. Ganz so, wie sie es von Anfang an gewollt und in der Vergangenheit immer wieder praktiziert hatten. Sykes-Picot war nur eine mehrfach geänderte Übereinkunft. Die wirkliche Aufteilung wurde später gemacht, als man die Linien auf der Karte zeichnete. In der Porzellanfabrik in Sèvres wird das geformt und besiegelt, was von nun an bis heute zu schier unlösbaren Problemen im Nahen Osten führt. Die Beschlüsse, sie sind alles andere als eine fein austarierte politische Strategie, sondern eine konsequente Verfolgung imperialer Interessen zulasten der Bevölkerung dieser Region. Frankreich erhält die Mandatsherrschaft über Syrien und den Libanon. Großbritannien hingegen nimmt sich den Irak und Palästina. Der arabische Scherif von Mekka darf nur das behalten, was er ohnehin schon besaß. Sie taten das ohne die Menschen der Region zu berücksichtigen. Die Franzosen nahmen ein Stück Syriens und teilten es dem Libanon zu für ihre eigenen Zwecke. Die Briten erschufen Transjordanien, das heutige Jordanien, und sie erlaubten ein jüdisches Heimatland in Palästina, was natürlich für Konflikte im Verlauf des 20. Jahrhunderts sorgte. Ja, im Grunde genommen verwendete man relativ wenig Zeit darauf, sich über die langfristigen Konsequenzen Gedanken zu machen. Es ging in erster Linie darum, hier neue Verwaltungseinheiten zu schaffen, die man dann unter sich aufteilte in Form von Völkerbundmandaten. Dahinter steckt natürlich auch der Gedanke, dass man bestimmte wirtschaftliche Abhängigkeiten schaffen wollte, bevor diese neu gegründeten Staaten in die Unabhängigkeit entlassen werden würden. Aber es ist eben trotzdem nicht folgenlos geblieben, weil damals in Hinterzimmern entschieden wurde, wie die Einflusssphären und die Gebiete des Nahen Ostens unterwestlichen europäischen Staaten aufgeteilt werden. Allerdings ist gerade der Nahe Osten sicherlich in den letzten Jahren politisch aufgeladener, als wir das in Jahrzehnten gesehen haben. Die Dämonen von Sèvres. Sie kehren immer wieder auf die Kriegsschauplätze im Nahen Osten zurück. 2014 überrennt die Terrororganisation Islamischer Staat große Teile des Iraks. In der Stadt Mossul ruft der Anführer des IS, Al-Baghdadi, im Juni dann ein Kalifat aus. Das war damals von den Alliierten unterdrückt worden. Die Abschaffung des Kalifates nach dem Ende des Ersten Weltkrieges ist etwas, was natürlich von vielen Muslimen gesehen wird in dem größeren Kontext der Zerschlagung des Osmanischen Reiches. Dies umzukehren versprach der Islamische Staat ja und auch daraus resultiert sicherlich seine zeitweilige Popularität in bestimmten Lagern. Und so nutzt die Propaganda des IS die Demütigung von einst für seine eigenen Machtansprüche. Auf dem Höhepunkt seiner Erfolge überquert der Islamische Staat symbolträchtig die irakisch-syrische Grenze. Sykes-Picot, das Abkommen der beiden Diplomaten, in der arabischen Welt ist es keineswegs vergessen. Jedes Kind in der arabischen Welt kennt Sykes-Picot. Sykes-Picot ist ein Fanal und wird im Nahen Osten wahrgenommen als der Inbegriff der Verschlagenheit, Durchtriebenheit und Hinterhältigkeit des Westens. Das ist die sogenannte Grenze von Sykes-Picot. Wir werden sie niemals akzeptieren. Bis heute ist es ein beliebtes Mittel in der arabischen Welt, sämtliche Verfehlungen, sämtliche Fehlentwicklungen, auch sämtliche selbstverschuldeten Entwicklungen, Sykes-Picot zuzuschieben. Es war alles Sykes-Picot, es hat alles angefangen mit dem, was die Briten und die Franzosen damals gemacht haben. Und letztendlich hat man damals die Tore zur Hölle geöffnet und konnte sie nie wieder schließen. Meiner Meinung nach muss man auch darüber hinaus nach Gründen suchen. Viele Länder hatten schlechte, korrupte Regierungen und Militärinterventionen. Sich nur auf Sykes-Picot zu fokussieren, lenkt von anderen wichtigen Gründen für Instabilität und Ungerechtigkeit im Nahen Osten ab. Auch in der Türkei, dem Nachfolgestaat des Osmanischen Reiches, ist der Vertrag von Sèvres einbringlich in Erinnerung geblieben. Seien wir mal ehrlich, die Türkei steht, nach dem Unabhängigkeitskrieg, vor ihrem größten Kampf. Dieser Kampf ist ein Kampf einer einzigen Nation, einer einzigen Flagge, einer einzigen Heimat, eines einzigen Staates. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir in dieser kritischen Phase des Wiederaufbaus der Welt und unserer Region aufhören, werden wir uns in den Zuständen zu Zeiten von Sèvres wiederfinden. Was für die Araber Sykes-Picot ist, ist für die Türken Sèvres. Ein Beweis dafür, dass die europäischen Mächte ihnen schaden wollen und rücksichtslose Interessenpolitik betreiben. Der Vertrag von Sèvres 1920. Er sollte nicht nur den Nahen Osten nachhaltig verändern. Die Alliierten nehmen sich vor, das gesamte Osmanische Reich für immer zu zerschlagen. Dazu gehört auch das türkische Kernland. In den Augen des britischen Premiers hat das einstige mächtige Kalifat keine Zukunft. Mehr noch, es soll gänzlich von der Landkarte verschwinden. David Lloyd George war ein altmodischer Liberaler. Und aus deren Sicht war das Osmanische Reich ein abscheulicher, rückwärtsgesinnter Staat. Es gibt ja Aussagen vom britischen Premierminister, der sagte, dieses Abkommen wird die schlimmsten Feinde der Türkei zufriedenstellen. Also wenn man sich so eine Liste der schlimmsten türkenfeindlichen Statements zusammenstellen wollte, dann würde man wahrscheinlich David Lloyd George an erste Stelle stellen. Und David Lloyd George lässt auf Worte Taten folgen. Die Alliierten zwingen der türkischen Regierung in Sèvres einen Vertrag auf, der in seiner Härte drastischer ist als der von Versailles für die Deutschen. Am 10. August reist die Delegation aus der Metropole Konstantinopel in den Vorort von Paris und wird in den prächtigen Saal der Porzellanfabrik zitiert. Die politische Zerschlagung wird zementiert. Im Grunde genommen verliert der Osmanische Staat auch die Souveränität über Teile Anatoliens, was als Kernland, als türkisches Kernland betrachtet wird. Während Armenien ein Territorium im Nordosten bekommen soll, wird die Türkei im Süden und Südosten in britische, französische und italienische Einflusszonen aufgeteilt. Im Westen hingegen muss die Türkei Gebiete an Griechenland abtreten. Im Gegensatz zum Vertrag von Versailles, wo die Alliierten sicherstellen wollten, dass Deutschland nicht so schnell wieder nach oben kommt, aber natürlich trotzdem anerkannt haben, dass das ein Land, ein Volk ist, mit dem man in Zukunft irgendwie umgehen muss, hat man in Souver tatsächlich versucht, das Osmanische Reich abzuwürgen. Und zwar auf ganzer Linie. Auch die griechische Regierung in Athen hat den Wunsch, späte Rache zu üben. Das Land der Hellenen war im 19. Jahrhundert von den Osmanen beherrscht und konnte erst mit dem Ende des Unabhängigkeitskrieges von 1832 seine Souveränität wiedererlangen. Die griechische Delegation in Paris hofft auf die Wiedergeburt eines Großreiches. Allen voran Premierminister Elefterios Venizelos. Venizelos hatte die Vision eines Großgriechenlands und die Überzeugung, dass die Griechen sich bis nach Istanbul und womöglich an das Schwarze Meer ausbreiten sollten. Es waren die Ambitionen eines Staatengründers. Lord George, der britische Premierminister, sieht Griechenland im Grunde genommen als den starken neuen Partner im mediterranen Raum. Nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches brauchten die Briten einen Alliierten im mediterranen Osten, um den Zugang von Ägypten nach Indien zu sichern. Der Suezkanal war von entscheidender Bedeutung. So dachten sich die Briten, das Osmanische Reich ist Geschichte. Wir unterstützen nun ein großes Griechenland, das unser Alliierter sein wird im östlichen mediterranen Raum. Es war ein Desaster. Dieses Desaster nimmt schon kurz nach dem Ersten Weltkrieg seinen Lauf. In Smyrna, dem heutigen Izmir, landet Venizelos mit ausdrücklicher Unterstützung der Briten eine Invasionsarmee an. Das Stadtbild damals, geprägt von einer Vielfalt von Ethnien und Religionen, die weitestgehend friedlich zusammenleben. Smyrna war eine völlig multiethnische Handelsstadt. Es war eine Stadt, in der es viele Griechen, viele Armenier, also eine große Gruppe von Christen gab. Ausgehend von der Basis in Smyrna gibt es zunehmend Bestrebungen, den Einflussbereich Griechenlands auszudehnen. Die türkische Regierung in Konstantinopel ist geschwächt und hat den Invasionsgelüsten der Nachbarn nichts entgegenzusetzen. Die Griechen dringen schnell mit ihren Truppen ins Hinterland vor. Doch hier formiert sich der türkische Widerstand, bestehend aus ehemaligen Soldaten des Osmanischen Reiches. Ihr Anführer, Mustafa Kemal, später bekannt als Atatürk, Vater der Türken. Er sammelt und vereint die versprengten Einheiten und will mit aller Macht den griechischen Vormarsch beenden. Dem entgegen stellte sich der türkische Widerstand, dessen Strategie im Grunde genommen darauf beruhte, die Griechen immer weiter ins Landesinnere zu ziehen. In einem erbarmungslosen Guerillakrieg gewinnt Mustafa Kemal schon bald entscheidende Vorteile. Ortschaften, die von Griechen besetzt waren, werden zurückerobert. Der gegenseitige Hass entlädt sich. Massaker an der Zivilbevölkerung gehören schon bald zur traurigen Realität in diesem blutigen Krieg. Die Kämpfe eskalieren relativ schnell mit Übergriffen gegen die Zivilbevölkerung, sowohl gegen die muslimische Zivilbevölkerung seitens der griechischen Invasionsarmee, aber auch natürlich gegen die christlichen Minderheiten. Das schaukelt sich immer weiter hoch. Es kommt zu einer klassischen Eskalationssituation. Hier geht es um Bevölkerung gegen Bevölkerung, nicht um Machtinteressen, sondern es geht um Bevölkerung. Und die Bevölkerung ist nicht unbeteiligt. Die Bevölkerung ist aufgrund ihrer ethnischen, religiösen Identität automatisch Kriegspartei. Es gibt keine Zivilisten. Und da, wo es keine Zivilisten gibt, da werden auch keine Gefangenen gemacht. Es geht hier nicht darum, der anderen Seite den Willen aufzudrücken durch einen Krieg, sondern es geht darum, sie in ihrer Existenz zu vernichten, zu delegitimieren. Die griechischen Truppen werden schon bald an die Küste zurückgedrängt. Die Armee ergreift die Flucht. Zurück bleibt eine schutzlose Bevölkerung. Im September 1922 erreichen die Türken die Hafenstadt Smyrna, von wo aus die griechische Invasion begann. Atatürks Truppen rückten in die Vororte der Stadt. Und die Griechen, ahnend, dass sie massakriert werden, flohen an das Wasser. Die Zivilbevölkerung ist in dieser Situation völlig ausgeliefert. Und natürlich auch ausgeliefert einem Gegner, der durch drei Jahre Konflikt politisch radikalisiert ist. In Smyrna hat es schon 1919 auch Übergriffe gegeben gegen die muslimische Zivilbevölkerung. Jetzt ist im Grunde genommen die Stunde der Rache gekommen. Von den Briten wird das Drama in Smyrna aus der Ferne beobachtet. Menschen sprangen aus Verzweiflung ins Wasser, um ihre Kinder zu retten. Wir wissen nicht, wie viele gestorben sind. Ich glaube, es waren 20.000 oder 30.000. Atatürk unternahm nichts. Die Wut der Türken auf die Griechen war einfach zu groß. Die einst so florierende Hafenstadt, sie wird Schauplatz des blutigsten Ereignisses dieses Krieges. Mehrere Tage lang wüten die Feuer in den griechischen und armenischen Vierteln. Zurück bleiben nur noch Ruinen. Noch heute ist diese Episode in Griechenland bekannt als die große Katastrophe. Insgesamt, es gibt hier nur Schätzungen, aber kommen bis zu 250.000 Menschen bei diesem Konflikt, der gerade im Westen oft vergessen ist, ums Leben zwischen 1919 und 1922. Ganz anders wird diese furchtbare Episode in der Türkei in Erinnerung bleiben. Es ist die Geburt für eine unabhängige, selbstbewusste und moderne türkische Gesellschaft. Sie hat sich dem Diktat von Sèvres erfolgreich widersetzt. Bis heute überschattet diese Periode jedoch die Beziehungen zum griechischen Nachbarn. Mit seinem Befreiungskrieg hat Mustafa Kemal militärisch Fakten geschaffen und zwingt die Sieger des Ersten Weltkrieges wieder an den Verhandlungstisch. In Lausanne 1923 drückt nun er den Alliierten seinen Willen auf. Es gibt ja mit dem Friedensvertrag von Lausanne 1923 einen zweiten Friedensvertrag, in dem die entstehende Türkei, die türkische Republik, im Grunde genommen zu einem Siegerstaat des Ersten Weltkrieges wird, wo Kemal Atatürk es eben schafft, nicht nur alliierte Truppen, die angelandet sind in Anatolien, zu vertreiben und zu besiegen, sondern eben auch die Integrität des türkischen Staates in Anatolien zu konsolidieren. Der Vertrag von Sèvres wird kassiert. Atatürk formt die heutige moderne Türkei. Doch die Grenzen sind nicht das Einzige, was er durchsetzt. Er wünscht sich eine homogene türkische Gesellschaft. Noch gibt es in Anatolien eine große griechische Minderheit, während andererseits in Griechenland türkische Bevölkerungsgruppen leben. Der Vertrag von Lausanne legt fest, griechisch-orthodoxe Christen und Muslime werden schlicht ausgetauscht. Man nimmt nach dem extrem blutigen griechisch-türkischen Konflikt an, dass sich Stabilität und Frieden in der Region nur dann wahren lässt, wenn man die unterschiedlichen religiösen Gemeinschaften entflechtet. Dass man damals Anfang der 20er Jahre den Bevölkerungsaustausch als Mittel der Konfliktbeilegung entdeckt hat, was völlig logisch war. Wir müssen die Volksgruppen einfach auseinander dividieren und müssen die umsiedeln, damit es Frieden gibt. Das hat katastrophale Konsequenzen für die Region. Mehr als eine Million Griechen verlieren ihre Heimat. Athen sieht sich mit einer beispiellosen Flüchtlingswelle konfrontiert. Die Folgen? Obdachlosigkeit und Hunger. In einer neuen Heimat, die sie gar nicht kennen. Auch die Türkei verändert sich in dieser Zeit nachhaltig. Während hier vor wenigen Jahren verschiedene ethnische Gruppen noch zusammenlebten, ist Atatürks Staat nun tatsächlich eine assimilierte türkisch-muslimische Gesellschaft. Die Vielfalt war ein wesentlicher Bestandteil der Osmanischen Ordnung. Im Staat, aber auch im Stadtbild. Und das ist in dieser Zeit zunichte gemacht worden. Das hat die Türkei viel dramatischer verändert als viele Ereignisse des Ersten Weltkrieges. Man ist nicht mehr Türke, weil man Bewohner Anatoliens ist oder ein Untertan des Osmanischen Reiches, sondern ist man Türke, wenn man türkisches Blut hat und sunnitischen, islamischen Glaubens ist. Alle anderen sind Gäste. Obwohl der Vertrag von Sèvres rückgängig gemacht wurde, ist er in der Türkei nach wie vor von enormer Bedeutung und wirft seine Schatten bis in die Gegenwart. Das zeigt sich auch nach dem gescheiterten Putschversuch von 2016, als Militärs versuchten, die Regierung zu stürzen. Die Angst vor politischer Einflussnahme von äußeren sowie inneren Feinden wird oft begründet mit dem alten Vertrag von Paris. In der Türkei ist es als das sogenannte Sèvres-Syndrom bekannt. Der 15. Juli ist der zweite Befreiungskrieg der türkischen Nation. Das sollten wir so zur Kenntnis nehmen. Wenn dieser Putsch erfolgreich gewesen wäre, hätte man uns etwas aufgezwungen, so dass wir uns nach Sèvres gesehnt hätten. In diesem Vertrag von Sèvres findet sich alles wieder, was man an Verschwörungsängsten in der Türkei empfinden kann. Und der Vertrag von Sèvres hat sich natürlich in der Presse, in der populären Kultur, in Filmen, besonders natürlich in den Propagandareden verschiedener Staatschefs, insbesondere natürlich heute Erdogan, niedergeschlagen. Noch im Friedensvertrag von Sèvres sind verschiedene Staatlichkeiten vorgesehen. Dazu gehört auch ein kurdischer Staat oder eine kurdische Staatlichkeit. Da nimmt man das nicht ganz so genau. Das kann ein autonomes Gebiet sein oder eben ein Staat. Doch Atatürks Triumph besiegelt auch das Schicksal eines unabhängigen kurdischen Staates. Im Vertrag von Lausanne wird eine mögliche Unabhängigkeit dieser Volksgruppe schon gar nicht mehr erwähnt. Durch den Frieden von Lausanne sind sämtliche Träume der Eigenstaatlichkeit auch beerdigt. Die Zurückweisung von Autonomierechten, aber insbesondere von Forderungen nach einer eigenen Staatlichkeit, sind im Grunde genommen Konflikte, die von diesem Moment an, vom Ersten Weltkrieg an und von den Pariser Vorortsverträgen an bis in die Gegenwart strahlen. Heute leben zwischen 20 und 30 Millionen Kurden in den Grenzen verschiedener Staaten. Es ist damit das größte Volk ohne einen eigenen Staat. Die Kurden leben in einer komplizierten Welt. Sie haben jede Menge Feinde und keine der Regierungen in den Ländern möchte ein unabhängiges Kurdistan. Doch der Vormarsch des islamischen Staates 2014 schafft neue politische Fakten. Das vom Bürgerkrieg gebeutelte Syrien und die geschwächte Regierung in Bagdad sind nicht fähig, den Siegeszug der Extremisten aufzuhalten. Die Weltgemeinschaft sucht neue Verbündete im Kampf gegen den IS und findet sie vor allem in Gestalt der Kurden. Die Amerikaner, aber auch andere Mächte in der Region haben Erwartungen geweckt bei den Kurden, indem sie gesagt haben, ihr seid unsere einzigen wirklich guten Verbündeten gegen den sogenannten islamischen Staat, gegen den Terror. Man hat Waffen geliefert, man hat Militärberater geliefert und man hat natürlich damit auch so ein gewisses Erwartungshaltung stimuliert. Die kurdischen Kämpfer sind eine der wenigen Kriegsparteien in der Region, die mit Bodentruppen wirksam den islamischen Staat zurückdrängen können. Sie befreien und besetzen Gebiete in Nordsyrien. Längst ist klar, dass sie damit die Hoffnung verbinden, endlich den lang ersehnten eigenen Staat gründen zu können, sobald sie den IS aus der Region vertrieben haben. Wir haben ihre Munition übernommen. Wir haben viele von ihnen getötet. Bei diesem Angriff waren wir erfolgreich. Wir haben diese Stelle von ihnen zurückgenommen. Nun werden wir sie überall besiegen und werden Meter für Meter vorankommen. Wir werden es zum Wohle aller schaffen. Wir werden Kurdistan befreien. Was man den Amerikanern und auch anderen Mächten, wie man es auch den Russen vorwerfen kann, ist, dass sie, weil sie die Kurden als Spielkarte brauchten und als Verbündeten gegen den IS, solche Versprechungen gemacht haben. Oder Wagen, Erwartungen geweckt haben. Das kostet Menschenleben am Ende. Denn die Türkei hat mitnichten die Absicht, solche Hoffnungen auch nur annähernd zu erfüllen. Als die USA 2019 ihre Truppen aus Nordsyrien abziehen, lassen sie die Kurden ihre einstigen Verbündeten allein. Von einer moralischen Verantwortung ist in Washington nun nicht mehr die Rede. Bereuen Sie es, dass Sie Erdogan grünes Licht für die Invasion gegeben haben? Das habe ich nicht. Wir haben den Kurden eine Menge Geld gegeben, unfassbar viel, ein Vermögen. Und es war wunderbar. Sie haben mit uns gekämpft, aber wir haben sie auch dafür bezahlt. Die Situation ist, die Türkei nimmt Land von Syrien. Syrien ist nicht glücklich darüber. Sie sollen das untereinander klären. Kurz nach dem Rückzug der amerikanischen Streitkräfte rollen türkische Panzer über die Grenze. Kurdische Gebiete sollen nun in türkische Sicherheitszonen umgewandelt werden. Der Traum von Kurdistan, er ist wieder einmal in weite Ferne gerückt. Man hört von Kurden heute sehr oft Vergleiche, Erinnerungen an die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Man hört von Kurden sehr oft, wir sind im Grunde die ewigen Verlierer der machtpolitischen Ränkespiele und Konkurrenzkämpfe im Nahen Osten. Machtspiele, die in Paris nach dem Ersten Weltkrieg ihren Höhepunkt erreichten. Die Sieger schafften im Nahen Osten und Anatolien nicht Ordnung und Frieden, sondern machten falsche Versprechungen, enttäuschten Verbündete und säten Hass. Hier wurden neue Grenzen gezogen, entstanden neue Staaten, die oftmals ein enormes Konfliktpotenzial bargen und die, wenn sie von 1918 bis heute schauen, immer wieder auf die politische Agenda zurückkehren. Die Narben von einst sind auch längst nicht verheilt, die Wunden von damals, sie sind offen. Und niemand weiß, wie dieser Konflikt einmal enden könnte. Wir reden nur noch von Pulverfass und vom Flächenbrand und all diese Phrasen, die man mit dem Nahen Osten in Verbindung bringt. Die Vorstellung, dass dieser Region niemals Frieden beschieden sein wird, die schafft Fakten. Die schafft Fakten in der Politik, in der Art und Weise, wie mächtige Menschen dort Politik machen. Und sie denken nicht mehr im Großen und Ganzen, sie fangen nicht mehr an zu gestalten, sondern sie denken nur noch in kurzfristigen Interessen. Und auch das, auch diese Haltung, dieser Blick auf die Region, ist nach meinem Eindruck eine Folge dieser Zeit, dieses Vertrags von Sèvres, dieser Nachkriegsordnung nach dem Ersten Weltkrieg. Das blutige Erbe von Sèvres, die Porzellanmanufaktur, sie symbolisiert tatsächlich, wie zerbrechlich die Welt im Nahen Osten noch heute ist. Untertitelung des ZDF, 2020